halli hallo hallo schon mein lieben freunde und herzlich willkommen zurück zu wird erwischen ich bin der onkel wieder am stadt ist der crazy freak und der liebe rewan hallo ja genau und jetzt geht es in die kontaminierte zone wieder virusforschung haben wieder diese komischen näher die man mal rein diese komischen kürzten gar nicht rein du bist du weinst du wo wir sind ich kann auch von und auch ein handy er wäre nicht so viel zeit mehr onkel aber ja ich habe es in der innen hohen langer übertragen werden jetzt Es nervt so gewaltig. Oh, hier gab es einen Schrottfug. Naja, ich habe es auf jeden Fall verquatscht. Macht nichts. Haben wir schon alle mal gehört, die ganzen Audios. Hier ist eine Auffüllkiste, meine liebe Freunde. Was, wir haben alle schon mal die... Hä? Was laberst du hier? Werden wir hören? Ja, die Audio... Ach, wir müssen hier hoch. Hä? Wann hast du die alle schon mal gehört? Verstehen. Ja, die irgendwie hören die sich alle gleich an. Ich habe schon mal nicht gestartet. Oh, schon Ende? Ich dachte... Okay. Ihr habt den Scanner nicht gestartet. Ihr seid direkt vorbeigelaatscht. Ach so. Hast du gedrückt? Ja, war genau hinter der Treppe. Hinter der Leiter. Na, warte denn nun. Treppeleiter wegwerfen. Okay, ich bin ja gerade am Dach und schön. Achtung. Bösewichter. Ähm. Bist du so weit? Ich werde mal die... Warte, Moment, Moment, Moment. Nicht so schnell. Warte mal, ich mache ja genau daneben. Aber ich stehe da so ne Dings hin. Achtung. Zack. Los geht's. Boah, die werden ja ordentlich be-bombaliert hier. Aber äh, 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 hast du gehört wie die... Alter, der wohl drittige Blyde, ey. Der hat jeden einzelnen Blyde-Treffer gespürt. Ich bin ja voll. Ich finde das voll cool, deine Mini-Roboter da. Die schießen sich sofort und machen die Selbstzerstörung. Die, die mache ich Selbstzerstörung. Äh, wir müssen da irgendwas hochladen, ne, meine lieben Freunde? Ja, das suchen wir gerade nicht. Die Zeit läuft ab, ja. So ein bisschen. Ah, ich sieh's. Aua. Ich schlage mal auf Dings. Ach, da unten, ja. Ja, ich kann's. Ja, 16 Medizinflügel-Güter. Mega geil. Mega geil. 280 haben wir schon. Da können wir schon bald wieder was ausbauen. Nein, normalerweise hast du doch am Ende immer so eine Kiste, ne? Irgendwo. Anscheinend nicht. Haben sie rausge... Komm, mach. Ich seh hier eine. Hier. Hier, hier, hier. Eine Kiste, jo. Ich glaube, das ist eine Nachfüllkiste, oder? Ey, blaues Zeug drin. Blau. Geil. Eine F-A-L. So, warte mal, ich... Äh... Was? Invental. Tarsfall. Invental. Ähm, und zwar, was ist denn das? Das ist eine... Das ist ein Sturmgewehr. Das wäre im Austausch für die AK. Die hat 3400. Na, da sicherlich tausche ich die aus, meine lieben Freunde. Bislangstorst, ne? Ähm, warte mal, ähm... Kann ich die Motten? Das ist schon noch hier wegschmeißen. So, und hier... So, und hier... Jetzt muss ich hier reingehen. Du musst hier erstmal die ganzen Mods ablegen, dass ich... Dass ich auch weiß... Ich will den Mods, ich brauch da nix ablegen. Ich kann mir ja zugleichst damit Mods. Naja, ich bin auch voll versorgt. Ja, aber trotzdem will ich meine guten Mods von der Waffe nehmen, ist doch klar. Ja. Ich hab schon bessere Mods, weswegen? So, ich werde jetzt hier mal... Die Sachen hier mal zerlegen. Hupsala. Ach cool, ich hab hier ja einen Scharfschutz. Zerweil dann! Tja. Zehn Platz hab ich noch. Wenn wir die voll haben, dann können wir bald wieder in die Big City gehen. Wieso? Verkaufen. Gucken, was es Neues gibt. Aber wir haben noch kein Level geschafft. Das ist schon ein bisschen traurig. Was? Ich sag, wir haben jetzt ewig gezeugt und noch kein Level geschafft. Also ich bin immer noch Level 10. Seid ihr schon elf? Den Rucksack nehme ich, Alter. Der ist geil. Der Muni. So. Der Level haben wir noch keinen geschafft. Ist richtig. 3-4 Level. Optimale Reichweite, optimale Reichweite. Ja, aber da klingt das ja am besten. Dann hier Magazin. Oh, der ist noch besser. Warten wir mal ganz kurz, liebe Freunde, bis die da fertig sind. Die alten Lahm. Du machst ja nicht. Ich habe das schon alles angelegt, was ich brauche. Ach du Laberkopf hast du nie im Leben. Eben, oder mal wegschmeißen, beziehungsweise zerlegen. Ja, ich verkaufe das, ich brauche Geld. Ja, aber dann ist irgendwann ein Inventar voll. Ja, eben, das ist ja der Inventar voll. Ja, und dann muss ich halt kurz zurückporten und dann verkaufen. Natürlich, du kannst auch ein bisschen was zerlegen. Ja, günstiges, was nicht so viel Geld gibt. Richtig, das mache ich nicht auch. Es gibt eigentlich kaum was viel Geld. Die grauen Sachen, die tue ich halt jetzt zerlegen wollen. Warte mal, ich habe, ähm, mir fehlt gerade was ein. Und zwar hier würde ich gerne meine geile Störung Purpur drauf machen. Äh, so ist das hier mit den Jungs. Jawohl, ne, ich mache die Person. Ja, stattdessen jetzt in der Phase auch selber ein bisschen im Inventar rummachst du? Ja, ich mache was. Ich gucke mir gerade an hier. Taxifahrer, das sind wieder alles so Aufnahmen, die wir uns dann irgendwann mal anhören können. Wie wisst ihr ja. Mach mal so. Und Ausweise. Hab ich denn hier irgendwas cooles? Nee. So, jetzt habe ich hier natürlich noch Haufen Sachen. Das kann man zerlegen. Den habe ich angelegt. Eins gibt es noch. Hier. Den ganzen Mist hier mal raus, dass ich wieder ein bisschen Platz habe. Ich habe auch so einen Haufen Mods, Alter. Legt mich. Oh, ich habe hier, warte mal, was habe ich? Ich habe doch hier. Ich habe noch kein Dings, wo ich Bums machen kann. Ich auch nicht. Kein Dings mit Bums. Habe ich auch nicht. Leider. Noch kein Teil, wo ich Mods reinstecken kann. Also, äh, 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 äh. Kein Kleidungsstück. Naja, das kriegen wir doch eures mit Level 20, glaube ich. Nö, 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 kannst du auch schon früher haben. Okay. Ja, seid ihr jetzt soweit? Äh, ja, dauernd. Ich würde gerne noch eine Nebenmission machen. Eine coole. Ja. Eine coole Nebenmission, ja. Ja, was machst du zum Beispiel bei Diablo? Oh. Wenn du dich nicht ausrüstest, das dauert bestimmt länger. Ja, klar, aber ich bin schon ausgerüstet, ist doch kein Problem. Das ist hier aber das gleiche Prinzip, deswegen einfach warten. Ist, ist, ist doch, ich sag da nix. Ich sag ja nur, dass ich schon fertig bin. Das sagst du schon seit drei Stunden, weil du da uns nicht sacken willst. Hm, Pistole ist cool. So. Das mache ich mit Onkel, weil er einfach nicht hört. Ganz, die Dinger hier, Alter. Und die Grazi machen wir das auch. Au, 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 au. Das sieht man so aus, als würde es Energie abkriegen, gezogen, ne? Ja, ist aber nicht. Leider. Gewehrschaltdämpfer behalte ich mal. Warum leider? Na Quatsch, das wäre ja bekloppt. Eine Granate, wären wir alle tot. Jetzt Spider-Man sein. Da würde ich mich einfach durch die Häuser hier rumschlängeln. Obwohl vom Mr. Agenten so 20 Stück, na mal gucken, wie wir das noch machen. Dann müssten wir ja mindestens dann auch mal irgendwie meinen Partner so Sachen einsammeln, oder so. Ja, dann nennen wir diese Parts halt, die sind halt nicht zum Let's Play, die sind nochmal extra, oder? Willst du die im Let's Play mit reinhängen? Natürlich sind die dann im Let's Play mit reinhängen. Okay, dann nennen wir den Part Agenten-Akten. 1 bis 10. Ich rede jetzt mit dir hier im Let's Play über die Part Benennung. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich bin mir das so böse. Ey, das ist so böse. Ey, das ist so böse. Explosionsradius. Oh, ich hab endlich einen Rucksack, wo ich einen Mod reinhauen kann. Ich hab mir nicht einen blauen Rucksack. Das nehme ich jetzt einen, einen, einen laminierten Rucksack. Ne, ich hab noch grün. Den allerersten. Höhere Attribute. So, ähm, ich bin fertig. Onkel ist, denke ich, auch gleich fertig. Nö, ich bin schon, ich bin schon auf dem Weg. Er ist schon unterwegs. Jojo. Ich auch. Eiko. Eiko? Drinne. Stimmt, da war eigentlich Rivan und steht da hinten an anderer Stelle und meckert rum, anstatt der da weil er schon zum Ausgang geht oder so. Eben. Ja, hätte ja sein können, dass ihr einen, dass ihr einen anderen Weg geht, wüsste. Und ich wollte mit euch gehen. Ja, ja, natürlich. Natürlich gehen wir noch einen anderen Weg, mhm. Hier gibt's nur einen Weg raus. Ja, leider Gottes. Rivanu sucht den Weg grad, Alter. Ne, da ist, da war schon was, aber da ist vor mir losgerannt, ja, und ich bin vor ihm, ne. Ich bin direkt hinter dir. Scheiße. Warte mal, Crazy, hast du jetzt grad dich aufgeregt wegen Wegfindungsproblem? Ja, das ist, der Profi spricht, ne. Ne, ne, Rivanu hat sich aufgeregt. Nö, ich bin doch schon draußen. Doch. Du, hä, du hast doch gerade, du hast gerade eben zu Rivanu gesagt, der findet den Weg nicht. Ja, der Crazy, der ist auch ja, der ist, der ist ein anderer, äh. Ja, ja, der Rivanu findet den Weg nicht. Es spricht grad jemand aus der Parallelwelt hier. Da hat sich aber doch der Rivanu nicht aufgeregt, dass er den Weg nicht findet. Hä, versteh ich nicht. Ich auch nicht. Ach so, deswegen, jetzt hab ich den Zusammenhang verstanden. So, okay, egal. Ja, ich hab's gerafft. Ich hab vor mir losgerannt und ich hab, und ich war aber dann, ähm, entsprechend schon vor ihm, komischerweise, weil er den Weg nicht gefunden hat. So, Karte, Karte, und, äh, ich mach jetzt, ich drück drauf, äh, jetzt. Hier war's schon vorher. Satellitenverbindung. Bleib doch mal still. Also, ich hab, bei mir kommt nix. Bei mir quatscht ich denn nicht. Deswegen sollst du doch auf die Karte gehen, du Penner. Wie oft soll man dir das noch erklären? Ne, das geht doch sonst im Automatik. Nein, das geht dann, wenn du auf die Karte gehst. Ey, du regst mich so übel auf. Das stimmt überhaupt nicht. Bei mir ging das die ganze Zeit. In jedem Part kannst du gucken. Nein. Hab ich nicht drauf, doch. Nein. Ja, guck doch in meinem Part. Auf jeden Part. Das ist doch im Video. Guck rein. Du hast, ja, in jedem Part hast du immer verquatscht, weil du es nie hattest. Nö, ich bin, vorhin hast du... Ach, Glatsch. Ja, du siehst es doch in der Aufnahme. Bei Hauptmission. Hä? Ne, auch bei der Nebenmission. Bei Hauptmission, aber nicht bei der Nebenmission. Also, die ganze Zeit, wo du draufgegangen bist, um was einzustellen, wo du gesagt hast, wir gehen jetzt da hin, haben die gequatscht bei mir. Ohne, dass ich auf der Karte war. Außer bei der jetzt. Was? Geht nicht. Ja, guck doch im Video, da siehst du es doch. Geht nicht. Ja, siehst du ja im Video. Auf jeden Video. In den letzten drei Parts. Außer bei dem. Da war es jetzt gerade nicht. Keine Ahnung. Deswegen sage ich ja, geht auf die Karte. Naja, ist ja nicht schlimm. Satellitenverbindung halt. Hör ich mir mal eben an. Ich find's schön schlimm, wenn du ständig wieder die Dialoge verquatscht. Aber selbst da quatschen die noch nicht mal. Hm. Vielleicht war ich da schon mal drauf. Achtung, Monster! Alter Schwede, mein... Monster? Meine Waffe ist ein Seil, ist so ein Scheiß... Na toll. Das ist überhaupt kein... Wie heißt's denn? Hast du denn nur so ein Dreischuss oder was? Ja, genau. Oh, wie ich das hasse. Ich hasse das auch. Halbautomatik. Das schlimmste, was wir überhaupt haben können. So, hier waren wir schon. Scheiße, jetzt hab ich... Jetzt hab ich die Waffe umgerüstet. Hm, naja, ist egal. Halbautomatik ist so scheiße, wie man dauernd drücken muss. So gewinn ich mir wenigstens die... äh, Seilfischuss an. Hä, daraufhin ist noch einer. Ja, wo? Ja, da hinten. Da hinten. Oh, es ist nur einer, so ein bisschen mehr. Bisschen mehr? Bisschen. Zwei Mann, nicht dann am Auto, noch ein bisschen Stress gemacht, ja. Aber liebe, 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 liebe Zuschauer. Liebe Leute, die es hier schauen. Die Rivano ankeksen, ne? Für alle, die neu rein, dann ist das, äh, das... äh, wir streiten uns da nicht. Nein, das ist normal. Das ist einfach... Das ist einfach... Wir waren uns einfach im Pfau und deswegen... Ich hab ne grüne Satz. Müssen wir eben manchmal den anschnauzen. Oder der Onkel ist der Onkel Saurus. Aber weißt du, ich hab ja ne Videobeweise. Ich bin nicht auf die Karte gegangen und die haben gequatscht. Das ist voll interessant. Aber das siehst du ja, Video! Ich guck gleich nochmal. Ich sag euch das, wenn der Part weiß ich... Ich guck mir deine Videos nicht an. Ja, ich guck mir die Stelle an. Dann sag ich dir, wo und wann sagt dir genau die Zeit. Du guckst dir auch nicht meine Videos an. Natürlich guck ich deine Videos an. Hab ich mir abgewöhnt, deine Videos an. Ja, ich guck. Boah, alter. Ey. Ich hab nur da nebengeschossen extra. Ihr seid gerade richtig so. Alter, wir sind so richtig kleine, kleine Biester gerade, so zicken, ne? Alter. Und der Crazy ist wieder voll vorm Weg abgekommen, Crazy. Wo bist du denn jetzt wieder? Ne, ich hab ne Jacke gekriegt und hab die angezogen. Achso. Ne. Weil die grüne ist. Ah. Guten Tag. Ja gut, das ist alles... Jetzt sind ja alle Klamotten. Sind wir in mir. Boah, ist das beschissen. Ah, der Unker hat gerade ein Problem. Das ist beschissen mit dem Geil. Ich komm, ich komm, ich komm. Wo geht's denn hier hoch? Hm. Ach hier. LKW. Schön. Automatik. Hab ich gerade bekommen. Ne Automatic. Splitter gerade. Was? Ist irgendwie so bekannt vorher die Mission. Wieso? Ich glaub von der Beta, glaub ich. Das kann natürlich auch sein. Hallo. Hi. Will dann gehen. Wir müssen durchs Haus durch. Das war schon kaputt. Du hast ja einen Metallarm. Wie geil ist das denn? Ja, boah, ich fand die Szene so mega episch. Ah, hier? Hier raus, ja. Immer an den Blond-Tüchern. Guck mal bei Grunien. Ich hab schon irgendwo, wo da drinne ist ja nichts. Oh, lass mich doch mal ausreden. Guck euch Captain America Civil war an. Du glaubst, dass was ich gerade gesagt habe. Ich hab die first Avenger, der Film war echt episch. Warum denn der first Avenger? Ja, der steht so. Also, das heißt auf deutsch. The first Avenger ist auch supergeil, der auf deutsch heißt also first Avenger. Und, äh, ja. So. Manni? Komm mal? Ja, komm mal. Also, the first Avenger, äh, Captain America 3, Civil War. Zweieinhalb Stunden Kinoerlebnis auf jeden Fall richtig geil. Ging noch richtig lange. Könnte aber noch länger gehen, oder? Wir haben gesagt, oh, nochmal drei, vier Stunden dranhängen. Warte mal, ich guck mal ganz kurz, ich hab hier neue Sachen bekommen. Äh, neue Sachen. Karte aktualisiert, ach du Scheiße, guck mal, wie viele komische, äh, Aufnahmegeräte hier sind. Naja. Ich sag, da müssen wir vielleicht auch mal einfach mal so eine Runde laufen und das Zeug einsammeln. Denk ich auch. Haben wir auf jeden Fall genug zu tun. Crazy, suchst du das Ding gerade? Dass wir die Geschichte auch completed haben, wisst du? Mhm. Was? Schrotflintenschaden, Geschützschaden. Hier sind Telefonaufzeichnungen. Ja. Moment, ich komme. Ähm. Okay, sag ich mal, die Treppe runter, leider runter. Ich wollte eine vermisste Person melden. Es geht um meinen Bruder. Okay, ma'am. Wie heißt der? Trevor. Ich weiß nicht, äh, mit diesen Aufzeichnungen einsammeln. Jawohl, ich will, wenn wir das mal nicht explainen, ist das doof. Also, ich sag mal, wir haben das neben der Aufnahme, aber... Da könnte man ja einfach dann einfach mal die Runde laufen, so, wirst du? Das zack, äh, dann müssen wir das mal abgrasen, die Sache. Ich weiß nicht, wo 11 von... Ist jetzt dann nicht so interessant für euch vielleicht, aber wir reden jetzt über die Quatsch ziemlich lang, die Olde. Deswegen sollst du es ja abbrechen, die Telefon-Dings. Laufen und vier gedrückt heute. Ja. Ah, da ist ein Zivilist. Danke. Danke. Ne, echt? Ja, der will was. Achso, ich sollte mal, geht mal auf die Karte, ich tue meine nächste Mission an. Ja. Okay. Ich kritze. Okay, äh, und zwar machen wir mal... Ich tisse jetzt, ich tisse jetzt noch mal kurz. Agent, wir haben Meldungen erhalten, dass eine Gruppe der Cleaners unter einem Anführer namens Axel Wallace die Gegend unsicher macht. Bitte mal nicht festziehen auf diesem Monster eine Kugel direkt in seinem Schädel. Entschuldigen Sie meine Wortwahl, Agent. Ich muss meine Chakren reinigen. Granate, bei mir. Da musst du eine Chakren reinigen. Chakren reinigen. Jetzt zum Beispiel ist es auch wieder automatisch losgegangen, ohne dass er auf der Karte war. Bei jedem geht's nicht, aber Rebano geht's. Ja, das siehst du ja dann im Video. Guten Tag. Alter, verdammt. Was? Zwei Stück, die rennen weg. Wo soll ich denn? Boah, ich nehme jetzt mal die andere Waffe, das geht mir so um den Sack gerade. Musst du auf jeden Fall nachher eine neue kaufen oder umbauen. Glühn, glühn, glühn. Hinter uns. Was? Hinter uns ist auch irgendeiner. Ja, ich hab glühn, irgendwas glühn. Ah, hier ist überall grün. Assoluten haben sie auf jeden Fall erhöht. Was? Richtig. Genau daneben war das dick offen. Oh, wie geil. Crazy, äh, Rebano, was auf. Siehst du hier irgendwas? Crazy ist so. Oh mein Gott, nein, ehrlich jetzt. Oh, der Orientierungspfadfinder, der, ey. Also ich hab mal die Geschichte gehört, dass der Crazy auch in der Dusche die Tür aushängt, weil er Angst hat, dass jemand durchs Schlüsselloch guckt. Nein, das war gerade eine Situation, du. Doch, doch, das ist der Crazy, genau so. Wir hoffen aber alle nach, ne? Feindsum. Ja, du bist nun mal der Chef, der Anführer. Der Onkel, halt. Wenn ich schauf, wenn ich... Ich, äh, ich bin... Ich must alles berühren, was super berührt, das. Ich, äh, ich bin... Wenn ich falsch laufe, der läuft, der... Ja, es ist der Hund da lang geschlittert, das cool. Und? Wo? Oh nein, du hast wie dein Hund zu Tode verurteilt. Tödelin. Wir haben Crazy im Team, der Tierliebe. Ja, guck mal hier unten. Small vehicle left. Acht, oh, ne ganzes von... mir eine gäng barmbaum die ist schön kleine gäng dann eine kleine gängende kleiner heim oh mann wie uralt ist das denn aber ich kann mich noch gut daran erinnern Prozent 20 Uhr schon für er aber richtig hast du mal das Video dazu geguckt dass noch schon Prozent und auch nicht Video nennen ne das war wirklich er bleibt mal stehen bitte liebe Freunde ich würde sagen wir gehen nicht weiter ach so ja und Kornbrunnen ist auch dran und dann hat der Onkel das Wort aus der Kräse will noch was sagen also da würde ich sagen vielen 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 Dank fürs Zuschauen was lachbar ist die und ja würde ich sagen wir sehen uns dann morgen wieder bei Wilden Fischen und dann wird die nächste Mission angefangen nämlich Kopfgeld Axel Wurlis und ja würde ich sagen bis denn Ciao 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 Das war's für heute.